Na dann. Cheers. Gangster Squad. Ein Kopf, der nicht die Hand aufhält, ist wie ein tollwünsiger Hund. Den muss man abknallen. Ich stelle ein Team zusammen. Die lasst ihr zu Hause. Ich bin die Zukunft. Ach was. Sie wollen mich von hier wegbringen? Ich wollte sie eigentlich nur ins Bett bringen. Du kannst mich nicht erschießen. Du bist ein Kopf. Jetzt nicht mehr. Ich habe schon wieder